Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Ich bin Mahadevi und ich suche die Schmetterlinge. Und los geht's. Hoffentlich. Endlich. Ich glaube, einer ist schon gleich ganz weit vorne. Ich weiß, weil dahinten liegt einer so richtig am Rand. Genau, da ist der erste. Das Geschenk lohnt sich immer mitzunehmen. Da sind richtig schöne viele Münzen drin. Hm. Es ist jetzt aber bald mal der zweite Schmetterling auftauchen. Die sind tatsächlich hauptsächlich im Hintergrund. Es schadet aber auch nicht mal in solche Orte reinzugehen. Keiner will, dass sich das so richtig blöd im Hintergrund versteckt. Nee, alles noch gut. Oh, warte, warte, da ist einer! Nummer zwei. Hm. Hm, Schmetterling ist da auch nicht dahinter. So... Da nehmen wir ja noch auf die ganzen Patti Mountain hier aufpassen, ey. Wo ist denn meinst nicht gut mit mir? Oh, komisch. Ich hab das Gefühl, die kommen in Zug... Großen Abständen. Ach, komm schon! Jetzt habe ich keine Eier mehr. Also da hinten ist auch einer. Das ist tatsächlich auch der, den man am leichtesten übersieht. Ach, jetzt beweg dich. Ich weiß, dass du da drunter bist. Ach, die sind als Reserve, wenn man hier das Eierrätsel aktiviert. War hier nicht gerade noch irgendwo so ein Eierding? Ja, jetzt habe ich erst mal wieder sechs. Damit gehe ich jetzt zu dem Schmetterling zurück. Zur Not gehe ich weiter und gucke, ob dahinter eins kommt. Ha! Finally! Drei von fünf gefunden, nur noch zwei. Und ich weiß, einer liegt so ein bisschen an der Seite. Hier irgendwo. Und einer ist echt kurz vorm Ende. Aber das Schöne an diesem Level ist, ihr könnt zurückgehen, wenn ihr was vergessen habt. Das mache ich nicht bei Monty's Maulwurf-Matchen sonderlich. Da habe ich den letzten Kohlkopf gesucht und musste jedes Mal von vorne anfangen. Brauchte ich drei Einläufe, bis ich die gefunden hatte. Das ist mir in dem Level noch nie passiert. So, jetzt mal wieder ein bisschen Konzentration. Nee, ist er auch nicht. Ich habe zwar gesagt, am Ende, aber... Da ich weiß, wie gut ich darin bin, mich an Dinge zu erinnern... ...heißt das noch lange nicht, dass das auch wirklich am Ende... Uah! Seht ihr? Kein Schmetterling. Scheiße. Aber der war hier jetzt irgendwo. Der muss ja jetzt kommen. So, Konzentration. Aufrechte Position. Augen auf. Der muss ja hier irgendwo sein. Da ist er! Und das war's! Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video von Yossi's Crafted World. Ich bin Maha Devi. Gebt mir einen Daumen nach oben. Hinterlasst einen netten Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abo habt, drückt den Abo-Button. Also bis dann. Tschüss! Ach ja, und die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Tschüss! Wir schauen mal, schon mal. 주문st du auf und faktor auf jeden stripserei relationship. Und wenn das R limiting bei miroustiforium geht, ist es... Nein, nichtsを den Ad겠습니다.